Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Abschlussprüfung 2015 A1 gelöst habe. Immer wichtig, der Zweier- und Dreierzweig. Alle Abschlussprüfungen inklusive Lösungen findet ihr hier unter diesem Shorten-Link bit.ly slash 2ljc großes G kleines O großes O. Wir hatten hier eine Skizze bzw. ein Grundriss eines Hafenbeckens und ein Schiff befindet sich an der Position S. Und was wir als nächstes berechnen sollen, ist die Streckenlänge BC. Ich habe dazu in die Skizze einfach mal alles eingezeichnet, was wir haben. Also diese Strecke AB haben wir, diese beiden Winkel haben wir. Theoretisch könnten wir damit diesen dritten Winkel berechnen und damit hätten wir auch diesen Winkel hier, wo meine Maus gerade ist, weil das ja gerade Scheitelwinkel sind. Aber als erstes muss ich ja nur die Strecke BC berechnen. Und ich suche mir jetzt quasi ein Dreieck raus, wo möglichst schon viel gegeben ist. Und da wähle ich mir das Dreieck ABC, denn dort ist die Strecke AC gegeben mit 635. Wir haben die Strecke AB gegeben und wir haben den eingeschlossenen Winkel zwischen diesen beiden. Das heißt, ich kann hier mit Hilfe des Kosinussatzes direkt meine Strecke BC berechnen. Ich habe das auch gleich so hingeschrieben, wie man den Kosinussatz am Ende auch umwandelt. Also normalerweise würde hier stehen BC² ist gleich und die Wurzel würde hier wegfallen. Das habe ich hier vernachlässigt. Ich habe direkt gleich aufgelöst. BC ist die Wurzel aus und dann eben 635² plus 182² minus diese, zweimal diese beiden Längen mal den Kosinuss von dem eingeschlossenen Winkel. Und damit erhalte ich mein BC von 560. Bei der Aufgabe 1.2 heißt es, bestimmen Sie durch Rechnung, wie weit die Position S vom Punkt C entfernt ist. Das heißt, ich muss die Strecke SC berechnen und wir sehen schon an den Punkten, das geht nicht über den direkten Weg, sondern wir brauchen hier einen kleinen Umweg. Wichtig wäre hier, dass wir irgendwie in das Dreieck BCS reinkommen. Wir brauchen die Strecke SC und die liegt ja nun mal in einem Dreieck BCS, wo ich jetzt ja eine Größe mehr habe, nämlich die Strecke BC, die 560 Meter lang ist. Das kommt nämlich da hier bei oben raus. Das heißt aber, momentan habe ich da gar nicht so viel in diesem Dreieck, außer die Strecke BS und die Strecke BC. Geschickt wäre es doch, wenn ich jetzt hier noch diesen eingeschlossenen Winkel dazu hätte. Dann nehme ich einen kleinen Umweg. Ich habe ja in dem Dreieck ABC zwei Winkel 58 Grad und 16 Grad. Das heißt, ich kann diesen Winkel hier unten, der heißt CBA, berechnen, indem ich von 180 Grad die 58 und die 16 Grad abziehe. Das ist ja gerade die Innenwinkelsumme im Dreieck, 180 Grad. Wenn ich diesen Winkel hier im Gesamten habe, also CBA, dann kann ich auch diesen kleinen CBS berechnen, denn der ist ja gerade 106 Grad minus die 68, die hier oben sind. Dieser Winkel CBA wird ja geteilt durch diesen oberen Winkel und den unteren Winkel CBS. Also haben wir hier 38 Grad. Und jetzt bin ich in diesem Dreieck BCS. Ich habe wieder den Winkel, wieder die 353 und auch wieder die Strecke 560 im letzten Ergebnis berechnet. Und damit kann ich wieder mit dem Cosinus-Satz meine Strecke SC berechnen. Bei der nächsten Aufgabe wird es ein bisschen kniffliger. Da heißt, das Schiff entfernt sich von C, bis es die Position B erreicht. Also von C entfernt sich und P, diese neue Position, liegt auf der Halbgeraden CS. Das Wichtige hier, wir sollten zuerst diese Halbgerade einzeichnen, CS. Auf dieser Halbgeraden bewegt sich das Boot. Das kann man ja ruhig mal in die Skizze einzeichnen. Das ist ja nicht verboten, auf die Angabe eine Skizze zu machen. Und sie soll gleichzeitig von A die kleinstmögliche Entfernung haben. Und kleinstmögliche Entfernung heißt immer senkrechte. Das heißt, dort hier oben, das ist der Punkt, wo dieses Schiff hinfahren wird. Das ist die kürzeste Entfernung von Punkt A und liegt gleichzeitig auf der Halbgeraden von CS. Diesen Punkt P hier oben wollen wir berechnen. Also suchen wir uns dieses rechtwinklige Dreieck, ACS. Das ist ja jetzt rechtwinklig, weil es die kürzeste Verbindung ist, also der Abstand. Und der ist ja immer rechtwinklig. Und in diesem Dreieck haben wir momentan nur die 635 Grad. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir noch was anderes rausfinden. Zum Beispiel eben diesen Winkel hier unten. Da haben wir ja schon einen Teil davon. Ich habe das jetzt so gemacht. Ich habe mir gedacht, ich habe ja in diesem Dreieck BCS bereits diesen Winkel hier und die Strecke BC. Das heißt, ich kann auch mit dem Sinussatz hier diesen Winkel SCB berechnen. Also, Sinus von diesem Winkel SCB zu 353, ist ja auch gegeben, verhält sich wie? Der Sinus von diesem Winkel 38 Grad zu der Strecke 356. 356 war ja gerade die Strecke SC. Und wenn wir das nach dem Winkel SCB auflösen, erhalte ich für diesen Winkel SCB hier unten 38 Grad. Das heißt, um dann diesen kleinen Winkel hier zu bekommen, muss ich jetzt noch 16 Grad abziehen. Dann habe ich den Winkel SCA. Warum wollte ich diesen Winkel SCA? Weil ich im rechtwinkligen Dreieck ACP, dieser Punkt hier oben heißt ja P, diesen Winkel noch gebraucht hätte, habe. Und jetzt kann ich nämlich mit dem Sinus das Ganze aufstellen. Der Sinus von diesem Winkel 22 Grad verhält sich wie die Gegenkathete zur Hypotenuse. Die Hypotenuse ist gegeben. Das heißt, in dem Fall kann ich direkt nach AP auflösen, indem ich auf beiden Seiten mal 635 Meter rechne. Eigentlich eine recht leichte Aufgabe, wenn man sich natürlich die Lösung anschaut. Wichtig aber hier ist, dass man die Übersicht bewahrt, welche Größen gegeben sind. Und sich immer sauber raussucht, welches Dreieck suche ich und wie komme ich irgendwie mit gegebenen Größen aus anderen Dreiecken in dieses gesuchte Dreieck rein. Dann ist es wirklich nicht schwer. Dann ist es wirklich nicht schwer. Untertitelung. BR 2018